Und noch mal. Und jetzt noch mal die Bücher. Wenn ich dich kriege, auf der Wand störst du mich sehr. Dich zu fangen ist sehr schwer. Bravo! Willst du noch ein bisschen singen? Nein. Noch eins? Alle meine Älnchen? Oder Backe Backe Kuh? Nein. Oder... Alle Vögel? Alle Vögel? Alle Vögel sind so da. 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 Und die dann für Worte sind so da. Und das ist ein Lied. Da haben alle Tätig. Bravo! Was kann die Laura noch? Ähm, warte mal. Welches kannst du noch? Backe Backe. Oh ja, Backe Backe Kuchen. Backe Backe Kuchen. Backe Backe Kuchen. Bicke hatte Lufen. Schönes, schönes Kuchen. Machenstätte alle. Sieben Sachen. Einen Weiß, Butter, Fest. Und das ist so. Und das ist so. Und die ist so. Safran macht den Fusen gel. Die Ofen mal. Bravo! Fuchs, du hast die Gans gestohlen. Hat der Opa dir beigebracht. Ja. Mit jedem das. Fuchs, du hast die Gans gestohlen. Ja. Fuchs, du hast die Gans gestohlen. Und das hat der Opa dir beigebracht. Wie geht denn das? Fuchs, du hast die Gans gestohlen. Sonst wird dich der Räger Jede holen dich im Schießgewehr Prima! Gut! Und ein Sintlein? Ein Sintlein, sehr leid In die weite Wänselein Gott und Hut Dichte Nut Ist auch Mut Aber Butter, Weine, Zähl Hat ja nun Keine Ässe mehr Da besiegt sich das Kind Altnaufe Schwimmt Gut! Und alle meine Ändchen Das kannst du so gut Alle Meine Ändchen Die Die machen sich Verbinde Wasser Verbinde Das war aber schnell Bravo! Baba und Natschi haben wir schon gesungen Oh, McDonalds? Old McDonalds Hätte Fam Ii 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 And Old McDonalds Hätte Dax Ii 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 With a Quack-Quack-Bear and a Quack-Quack-Bear Astrid, das muss zu. Here, Quack, there, a Quack-Bear Everywhere, a Quack-Bear Old MacDonald had a fun I, 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 I Die Laune war in Vorkehr übertönt. Prima. Super, Schatz. Bravo. Du bist eine tolle Sängerin und Tänzerin, bist du nicht? Super. Alle, alle. Alle, alle jetzt? Das waren jetzt alle Lieder, die du kannst. Ein paar kannst du noch. Papa, 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 Papa Nein, nein. Geht der Mann die Treppe rauf? Das kannst du auch schon den Spruch sagen. Ist jemand zu Hause? Wahnsinn, das kennt ja dann einmal der Papi. Noch mal? Das ist ja Wahnsinn. Mann. Okay, sag's nochmal. Sag mal die Frau, ja. Soll ich's noch machen? Also, komm mal her, dann mach ich's mal bei dir. Die Frau oder der Mann, wer soll kommen? Frau. Mann. Geht der Mann die Treppe rauf? Mann. Klingelingeling. Nein. Klopf, klopf. Ist jemand zu Hause? Guten Tag, Herr Mademann. Ne, mein Schatz, wie kannst du alles nennen? Weint. Weint der Bier? Warum weint er? Oh Gott, alle. Warum weint der, Laura? Hm? Hat er Bauch? Dankeschön. Hat er vielleicht Bauch? Papi. Dein Papi auf dem Schoß. Papi, er weint, Laura. Ja, und was machst du dann, wenn er weint, Schatz? Hm? Ach, komm mal her. Du musst dir den Arm, oder? Nina, Nana. Nina, Nana, macht der Bär jetzt, ja? Auf dem Boden. Bist du bei ihm? Ja. Das ist schön. Da weint er immer, oder? Weint. Hm. Vielleicht möchte der auch in deinem Arm. Möchte der in deinem Arm schlafen? Ja. Thomas, ich will. Ja, dann hol ihn doch. Hol ihn doch. Oder gibst du ihm mal ein Küsschen? Mag er bei Mami schlafen? Oh. Ja. Oh. Oh. Komm mal her. Weil er weint? Nein. Was weint er nicht mehr, Schatz? Weint. Nein. Nein. Er hat aufgehört zu weinen. Weint er weint noch? Nina, Nana. Nina, Nana, macht der Bär, ne? So wie die Laura auch gleich. Gute Nacht. Auch gleich, Laura. Ja. Laura auch gleich. Bist du auch müde? Nein. Auch gleich. Aber gleich bist du müde, ne? Ja. Bär jetzt ein bisschen müde. Ein bisschen? Ein bisschen. Gleich wach. Gleich ist er wieder wach? Ja. Ja? Und muss der Bär jetzt auch die Zähne putzen? Nein. Nein? Nein. Aber die Laura, ne? Nein. Nein? Auch nicht. Doch. Gleich Zähne putzen. Gleich, ne? Ja. Und wenn du immer was Süßes bekommst, ein Lolli, was sagst du dann immer? Was muss man dann machen? Danke. Ja, danke, sagt man dann. Und dann muss man schön Zähne putzen. Genau. Ja, gut. Und mit Bären auch. Kommi, Bären möchtest du haben? Ja, du magst sie so gerne. Die hast du mal Geschenke gekriegt, ne? Ja. Danke. Danke. Nein, bitte. Vorher sagt man bitte und dann sagt man danke. Ja. Genau. Ich habe... Ich will Zähne putzen, Lolli. Dann gibt es einen Lolli, ne? Ja. Oder einen Bonbon zum Beispiel. Bonbon. So Zähne putzen. Das ist ganz wichtig, damit die Zähne nicht rausfallen, ne? Nein. Wie bei der Tante Rita. Zähne raus, Tante Rita. Ja, die Tante Rita hat selbst gesagt, ich soll darauf achten, dass du schön Zähne putzt, Maus. Ne? Weil das ist so wichtig. Nein, Zähne. Aber die arme Tante Rita kann nichts dafür. Die hat einen schlechten Zahnarzt. Die hat immer gut geputzt. Drei Zähne putzen, Laura. Ja. Nein. Mit wem gehst du da hoch? Wer putzt immer mit dir die Zähne? Mami. Nein. Papi. Der Papi macht das. Wer bringt dich ins Bett? Mami. Oder? Papi. Alle beide ist gut, ne? Gestern hatte ich die Mami ins Bett gebracht. Du hast recht. Mami. Gute Nacht. Wenn ich's auch krankerspبر Jab Kai? Und wie geht's noch krankersp Beer? rete Herkbar?